Hallo miteinander. In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr eine Salve-Tabelle mit IDA in SAP verwenden könnt. Die Abkürzung IDA steht hier für Integrated Data Access. Die schnellste Variante Daten anzuzeigen ist also wie folgt. Wir erstellen hier ein Objekt, osalf-IDA vom Typ cl-salf-gui-table-IDA und hier übergeben wir einen Tabellennamen. Ich verwende heute die Tabelle sflight. Der Vorteil beim salve-IDA ist, dass alles auf der Datenbank erfolgt, wie zum Beispiel die Aggregation, Filterung, Gruppierung und so weiter. Und damit entlasten wir den Anwendungs-Layer. Okay, ich übergebe hier also die Tabelle und am Ende wollen wir das Ganze anzeigen. Und das passiert hier dann mit osalf-IDA, also das Objekt, den Objektnamen, welchen wir hier erstellt haben. Und dann rufen wir hier Fullscreen auf. Und dann die Methode Display. Damit kann man auch ganz schnell CDS-Views anzeigen. Ich habe hier mal schon so ein Video erstellt. Also aktivieren wir das Ganze und führen das Programm aus. Dann sieht man hier die Tabelle sflight mit all den Spalten und Einträgen. Okay. Wie man sieht, wir haben hier keine interne Tabelle, sondern das Ganze funktioniert hier mit salve-IDA etwas anders. Und jetzt erstellen wir mal einen Selection Screen. Und zwar will ich die Care-ID selektieren können. Dazu erstelle ich mir eine lokale Variable. LV-Care-ID vom Typ S-Care-ID. Das sieht man dann in der Tabelle. Das ist der Datentyp. Und dann schreibe ich hier die Select Options. S-Care-ID for LV-Care-ID. Start of Selection. Und dann will ich das, was ich hier im Selection Screen eingebe, hier im Code auslesen. Und das funktioniert wie folgt. Wir erstellen ein Ranges-Objekt. Und zwar Data-O-Ranges. Ist gleich New CL-Sulf Range Tab Collector. Und dann fügen wir hier mit O-Ranges, Add Ranges for Name, die Selektion hinzu. Wir übergeben hier den Spaltennamen Care-ID. Und bei IT-Ranges übergeben wir die Select Options as Care-ID. Und dann schließen wir das Ganze. Und dann schreiben wir O-Ranges, Get Collected Ranges. Gibt es hier einen Importing-Parameter, ET-Named-Ranges. Ist gleich Data-IT-Range-Pairs. Und hier in dieser internen Tabelle steht dann die Range oder die Daten, die wir hier in den Select Options auswählen. Das heißt, wir rufen hier das Programm oder wir setzen hier mal ein Breakpoint. Und zwar hier vor dem Display. Und dann wählen wir hier eine Selektion. LH für Lufthansa. Führen das Ganze aus. Und dann klicken wir hier in die Internet-Tabelle IT-Range-Pairs. Und hier sehen wir einen Eintrag. Eben die Care-ID. Und dann Sign equals LH. Führen wir das Ganze aus. Und wir sehen, die Selektion hat nicht funktioniert. Wir sehen hier noch alle Carriers in dieser Tabelle. Und zwar haben wir hier was vergessen. Gehen also zurück in den Code. Und zwar brauchen wir hier noch den Befehl O-SALVE-SET-SELECT-Options. Und hier übergeben wir die Internet-Tabelle IT-Range-Pairs. Dann aktivieren wir das Ganze nochmal. Rufen das nochmal auf. Nochmal mit der Selektion LH. Und dann führen wir das aus. Und jetzt sehen wir in der Spalte Care-ID nur mehr unsere Selektion LH. Dann gehen wir zurück in den Code. Und dann haben wir hier auch noch die Möglichkeit, manuell Selektionen durchzuführen. Also nicht über die SELECT-Options, sondern direkt. Dazu erstellen wir eine interne Tabelle IT-Man-Ranges. Ist gleich Value. If-SALVE-SERVICETYPES. Named-Ranges. Und hier können wir dann folgende Parameter übergeben. Den Namen von der Tabelle. Ich nehme hier als Test die Spalte Currency. Sign. Hier schreibe ich Exclude. Option. Equals. Und dann will ich hier die Währung von den japanischen Yen zum Beispiel ausblenden. Also schreibe ich hier bei Low Japanese Yen und High lasse ich leer. Dann haben wir hier manuell einen Range-Eintrag erstellt. Dann aktivieren wir das Ganze nochmal und führen das aus. Und hier vorher nochmal zum Zeigen. Man sieht hier die Currency und man sieht hier noch die japanischen Yen. Die stehen noch drinnen. Wir haben jetzt zwar die Selektion erstellt. manuell diesen Range-Type. Wir müssen diesen aber noch dem SALV-Table mitgeben. Beziehungsweise diese interne Tabelle zur interne Tabelle IT-Range-Pairs hinzufügen. Also append lines of IT-Man-Ranges to IT-Range-Pairs. Und dann aktivieren wir das Ganze nochmal. Führen das Programm aus. Und wir sehen jetzt die Währung japanische Yen ist ausgeblendet und nicht mehr in unserer Ergebnismenge vorhanden. Okay, das heißt wir können mit Ranges arbeiten, Selection Screens und wir können aber auch noch weitere Bedingungen mitgeben. Dazu erstellen wir ein Condition-Object. Und hier können wir dann einen weiteren Parameter hinzufügen zu den IT-Ranges, die IO-Conditions. Und hier können wir dann mehrere Conditions hinzufügen. Ich verwende jetzt mal die Methode Covers-Pattern, übergebe dann den Spalten-Namen, Plain-Type in meinem Beispiel. Und ich will, dann übergebe ich das Muster-Pattern und ich will jetzt in meiner Ergebnismenge nur den Airbus A380 sehen. Also schreibe ich das so hin, das Muster-A380-Stern soll hier dann greifen. Ich aktiviere dann den Code und wir führen das Programm nochmal aus. Gehen hier drüber und wir sehen jetzt in der Spalte Plain-Type nur mehr die Einträge A380. Diese Bedingungen, also diese Conditions können beliebig verknüpft werden. Das heißt, wir können jetzt nochmal zu den IO-Condition-Parameter geben und hier einfach mit der Methode OR oder AND weitere Bedingungen hinzufügen. Als Beispiel nehme ich jetzt eine Equals-Condition, also ich frage nach gleich ab, nehme hier als Spalte die maximalen Sitze von meiner Tabelle und ich will jetzt auch die Einträge ausgeben, wo die maximalen Sitze 140 sind. Dann formatieren wir nochmal den Code und aktivieren das Ganze. Wir führen das aus. Und man sieht jetzt, wir haben den Plain-Type A380, aber auch die Einträge, wo die maximalen Sitze 140 sind. Das heißt, hier kann man dann also Bedingungen beliebig erweitern und hinzufügen nach einer gewissen Logik. Und wir können aber auch Spalten bearbeiten und ausblenden, wie zum Beispiel hier diese Total-Spalte. Dazu erstellen wir mit osalf-id-a-Methode Field-Katalog und dann rufen wir die Methode getAllFields auf. Auch hier gibt es einen Importing-Parameter, ETS Field Names. Und hier machen wir die Inline-Deklaration von unserer internen Tabelle, IT Field Names. Hier machen wir noch einen Underscore rein. Und dann können wir hier von dieser internen Tabelle, da stehen dann alle Spaltennamen drinnen. Und hier können wir dann die Spalte ausblenden, die wir nicht sehen wollen, wie zum Beispiel Payment Sum. Dann klicken wir mal auf Aktivieren und führen das Ganze aus. Und klicken hier auf die internen Tabelle, IT Field Names. Doppelklick, hier sieht man alle Spalten, die hier geliefert werden und hier auch die Payment Sum. Und wenn wir dann beim Debugger einen Schritt weiter gehen, wird diese Zeile gelöscht. Dann gehen wir hier zurück und führen das Ganze nochmal aus. Aber die Spalte ist nicht mehr sichtbar, weil wir haben noch etwas vergessen. Nämlich, wir müssen die Felder auch setzen. Das heißt, das funktioniert mit OSALF IDA, Field Catalog Set Available Fields. Und hier übergeben wir unsere interne Tabelle. Das heißt, ITS Field Names ist gleich IT Field Names. Und wir aktivieren das Ganze und führen das Ganze nochmal aus. Ich zeige das jetzt nochmal im Debugger. Setze hier ein Breakpoint. Doppelklick auf die interne Tabelle. IT Field Names. Das sind all meine verfügbaren Spalten. Nochmal F5 und die Spalte wird gelöscht und in der Ausgabe ist nun auch die Spalte Payment Sum gelöscht. Und wir können hier auch die Spalten bearbeiten. Hier zum Beispiel bei Carrier ID steht nur der Text ID. Und hier können wir auch zum Beispiel Carrier ID hinschreiben. Das funktioniert mit OSALF IDA, Field Catalog. Mit der Methode Set Field Header Texts. Und hier gibt es auch mehrere Parameter, die wir hier befüllen. Ein IV Field Name, zum Beispiel die Spalte, die ich bearbeiten will. Oder eben den Label, dann IV Header Text. Dann will ich hier Carrier rausschreiben. Und dann setzen wir noch IV Tooltip Text. Also den Tooltip. Und auch hier schreiben wir Carrier hin. Dann aktivieren wir das Ganze. Und führen den Code nochmal aus. Gehen hier nochmal zurück. Klicken hier auf F8. Und jetzt sehen wir hier schon in der Spalte Carrier. Und auch der Tooltip ist Carrier. Also damit kann man auch die Spaltenbezeichnung anpassen bzw. ändern. Und immer wenn hier zum Beispiel eine Filterung passiert, wird ihm auf der Datenbank ein neues Select Query angefordert. Auch bei der Sortierung. Und Speicher wird auch nur dieser verwendet für die Records, die mir hier sichtbar sind. Also nicht wie beim normalen Sulf Table die ganze ALV Liste in der Internet-Tabelle. Sondern wirklich nur die sichtbaren Einträge. Ja, das war's auch schon. Wie immer am Ende meiner Videos. Vergesst nicht mich zu abonnieren. Gebt mir einen Daumen hoch und schreibt mir was in die Kommentare. Macht es gut und bis zum nächsten Video.